Macht die Mission nicht nochmal, dieses ganze Theater, diese ganze verschiedene Story, Reden, Weltraumkämpfe und so, wenn der jetzt nicht stirbt, ne, also. Und das sieht ja so aus, als könnten wir nicht sterben bringen, ne, weil der halt sich ja die ganze Zeit hoch, meine Leute kriegen es auch nicht mehr auf die Kette, irgendwas an Schaden zu machen. Die Drohnen hier kommen immer wieder, man hat keine Chance, den irgendwie anzupreißen, weil die Drohnen immer, 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 immer wieder doll respawnen. Also man kann sich auch nie auf den nur konzentrieren oder so. Und, äh, ich sehe jetzt auch keine Chance. Ah, jetzt liegt schon wieder die Hälfte meiner Leute tot rum oder noch mehr. Ne. Wundschaffbar. Nicht wirklich. Guck, meine Leute, die fallen nur einfach um. Die sind gar nicht irgendwie ansprechbar. Und ich allein kriege den Schaden nicht ausgeteilt. Sieht schlecht aus. Wann machen wir jetzt? Was tun? Wir stehen hier wie die Doofen. Ha. Faszinierend. Mitten im Baukubus und richtig auf Panik. Versuchen wir mal hier stehen zu lassen, um nur den einen zu rufen. Ich habe keine Chance. Ich habe keinen Schaden. Ich habe keinen Schaden. Ich habe keinen Schaden an denen. Versuchen irgendwie hinzubekommen. oh Ja, jetzt die wendrische Drohne zieht endlich mal ein bisschen Schaden ab. Dann können wir jetzt Glück haben, dass ich sie ausgeschaltet bekomme. Mensch, gell dich hin und mach jetzt diese Ausschaltung hier. Mein Gott, war das jetzt witzend. So, jetzt noch den Rest ausschalten. Also das war jetzt wirklich der schlimmste Kampf, den ich lange hier bei Star Trek hatte. Seit langem. Das blöde ist halt auch diese ganzen Schäden kriegt man jetzt wieder nur auf der Sternenbasis weg. Dafür muss man wieder zur Sternenbasis fliegen, zu dem Doktor und die ganzen Traumaschäden wegmachen und so. Alles so unnötig. Es ist aber wenigstens geschafft, der Mist. Meine Güte, war das ein Kack. Ja, da muss ich auch manchmal klar Worte sagen, ne. Also ich hab ja nicht viele Schimpfworte bei mir oder so böse Worte, aber wenn sowas abgeht, ja. Zeit, um zu arbeiten zu gehen. Dann verstehe ich viel Spaß. Der Rest von uns versuchen, mit dem Beam-Kontroll-Konsole nahe. Okay. Seid uns in der Kontrollruppe, nachdem ihr hier fertig seid. Wir werden bald ein paar Unternehmen bekommen. Von der Borg-Variate. Ach, mal wieder Company von den Borg. Wer hätt's gedacht? Akundi, was ist passiert? Ja. Viele, viele Kämpfe. Also viel, viel Stress. Well done, Commander. Proceed with your mission. Shields will be down shortly. Dax out. So, erstes Schild abgeschaltet. Das ist schon mal gut. Warum war ein Bot hier? Wie meinst du das? Ich sehe so im Chat, jetzt ging's vom Bot. Oh, Gott. Du bist in der Zeit. Das ist ein Kind. Du bist in der Zeit. Du bist in der Zeit. Du bes requested, Du bist im Chat. Du bist in der Zeit. Du bist im Chat. wir haben alle unsere leute geschnappt ich soll schon mal alleine gegen einen kämpfen oder was dann war es das ich bin assimiliert meine ganzen leute mein ganzes team ich bin wert sich einheit kennzeichnung 105 halte mich bereit ich bin ein borg ich bin ein borg ganz andere alternativ ich bin sogar ein heilburg mit dem rucksack hinten drauf interessant wir sind alles nur noch drohnen beträger von regeneration 1 auf 5, Aufgabe abgeschlossen, keine Fehler. 1 auf 5, fahre fort. 1 auf 5, fahre fort. Complete assimilation of throne. 1 auf 5, Aufgabe abgeschlossen, schaden an assimilierter Drohne gefunden. 1 auf 5, fahre fort. 1 auf 5, fahre fort. 1 auf 5, fahre fort. Ach ja, ist ja auch einfacher, braucht man auch nicht zu kochen, ne? 1 auf 5, Aufgabe abgeschlossen, Regeneration von beschädigter Drohne begonnen. Update, Drohne 1 auf 5, repel Borders und Weapon Control. 1 auf 5, fahre fort. Ach ja, wir waren die 5 von meinem Team und ich bin die 1 von 5. 1 auf 5, fahre fort. Zur Waffensteuer. Okay, das sollte das tun. Tue es jetzt. Stopp' sie! Immediately! Warte, hast du was gehört? Ah, da sind Unassimilierte. Ich bin gegen meine eigenen Leute. Wir assimilieren gerade. Oh mein Gott. We have company! Fall back to our position, reinforcements are on their way. Target threat nullified, begin assimilation. 1 0 5 aufgabe abgeschlossen ein dringende neutralisiert und für assimilierung vorbereitet update drone one of five interlink with designated console and restore weapon control systems on the one of five file of thought das waren mal meine freunde das kann doch nicht wahr sein was geht hier ab wie soll das jemals enden objektiv update recover critical components von neutralized board roll von 105 aufgaben nicht komplett aufgrund von eindringen waffensteuerung teilweise wieder hergestellt auf 47 2 27 2 prozent fahre fort okay schlecht irgendwie frag mich nur wer uns wieder der heiligen sollt die in der assimilation bade in die da we're being overrun shields are still up we can't seem you out oh no that's the rest of alpha team they've been assimilated get out of them run run target threat nullified begin assimilation target threat null die Sieg in Assimilation. Complete Restoration of Weapon Control. Interface with Designated Console. Drone 105. Provide Taskstatus. Update. Drone 105. Transporte in S.H.I.E.L.D. Control and neutralize all Intruders. Dax to Beta Team, come in. There's no answer. Remember the mission. We need to take those shields out. We can help Beta Team once we're done. Let's make haste, then. Right. Let's get it done. Look out! We can help. We can help. Let's get up. We can help. Let's get out. We can help. Let's get out. Kapitän Dax, bist du okay? Komarke, schau mal! Komarke, schau mal! Säkki, män mä. We're allies! Säkki, tohesta, help me! One of five, status report, prone. Ja, ich weiß. Wann du hörst? Bist du okay? Bist du mit uns? Meistlich zu hören. Willkommen zurück. Bist du bereit? Jetzt beginnt das reale Arbeit. Bist du möglich zu proceed mit der Mission? Es gibt keine Angst, dass Sie sagen, nein. Sie müssen sich zurückkehren. Ich verstehe. Ich verstehe. Fahren wir fort, Käpt'n? Fahren wir fort? Warum sollen wir fortfahren? Können wir nicht Mercedes fahren? Oder VW? Warum fort? Ha! Okay, der war blöd. Weiter geht's. Okay. Es ist noch Zeit, um die Beta-Team zu retten. Aber jetzt müssen wir unsere primärische Mission hier. Wir sind jetzt aus der Schildkontrollen. Hast du irgendwelche Informationen aus Ihrer Erfahrung mit der Borg, die uns helfen können, die Kolden zu schrauben? Ich muss mich mit einem Netzwerk-Knoten verbinden. Einen Moment. Okay, dann wollen wir jetzt mal die Schilde langsam hier von der Unimatrix aufschalten, damit wir die mal in die Luft jagen können. Judging by the look on your face, I'm guessing you weren't successful. Die Kolds wurden geändert. Wir müssen an die Quelle kommen, um auf die Schildsteuerung zugreifen zu können. Any idea where we could do that? Ja, ich weiß auch, wo sich Team Beta befindet. That's good. Once we rescue Beta-Team, we'll send them back here to await transmission of the Control-Codes. That should let us take the shields down before the Borg-Block access again. Okay, verstanden. Machen Sie sich bereit, zur Assimilierungskammer zu beamen. Okay, dann auf zur Assimilierungskammer, aber... müssen wir hier noch was machen? Nö, ne? Zur Assimilierungskammer beamen. Ja, machen wir das so. Ready weapons, here they come! Uh, uh, uh. Ja, wieder das Winculum, die Heilung, ist das Prioritätstarget, genau. Wo ist es denn? Ah, die ist mal da. Das ist die Heilung, die muss sterben. So. So, das war gut. Irgendwie diesmal bin ich sogar aus dem Kandikaze Borg rausgekommen. Sehr gut. Oh, da ist noch einer. Ist aus dem Heil Borg. Aber jetzt haben wir wenigstens die Drohnen schon mal alle so ein bisschen down. Und wir sind viel mehr Leute jetzt. Im Moment sieht's besser aus als eben. Ah, da kommt wieder so eine in die Luft springen Drohne. Die sind echt die Nerven, die so Kandikaze drohen. So, der ist auch aus. Sehr schön. Das wird denn eigentlich nie mehr viele da sein, die recken. Die heilen können. Okay. Okay. Wir müssen hurryn, bevor es mehr Borg kommt. Klar, wenn die Hälfte befreit ist, kommt wieder Borg. Also theoretisch. Hey, kommen wir nicht. Faszinierend. Okay. Moment, sieht's aus aus, würden wir sie alle befreien können. Jo, sehr gut. Okay, kann ich nachvollziehen. Sie sind bereit, um sie zurück zu Schildkontrolle zu transportieren. Sie werden die Position halten und warten, um uns die Akzesskode zu geben. Sind Sie bereit, zu gehen? Ja, bringen wir es hinter uns. Also, auf geht's. Schildsteuerung. Wir wollen endlich die Uni-Matrix in die Luft jagen. Also muss es weitergehen. Und die Kommando-Codes erhalten. Wo muss ich hin? Zu Kommando-Locus navigieren. Locus? Okay. Locus kenne ich als andere einen Begriff, aber egal. Versuchen's mal. Oh Gott, oh Gott. Heildrohnen. Heildrohnen. Windgulas. Alles da, ne? Also, jetzt haben wir wirklich... Riesentheater. Heildrohnen an der Wand. An der Decke. Heildrohnen, die rumlaufen. Wenn das mal gut geht. Das macht doch das eine wenigstens kaputt. Okay. Das eine ist kaputt. Oh, der ist schon down. Wer hat den denn kaputt gemacht? Ja, komm her. Super. Und jetzt noch da oben das Ding. Oh. Ich hab's ja keine Heilung mehr, Leute. Das war's für uns. Okay, aber auch wieder modellieren. Muss auch mal wieder sein. Wie wenig damage ich eigentlich mache, ne? Durch diesen ganzen... Debuff, dass ich da alles hab. So, da versuchen wir doch mal ein paar von mir wieder zu beleben, ne? Wäre doch schön, wenn das klappt. Und wir können wieder Tribbles benutzen. Sehr cool. wieder für ein paar Marken. Okay, sehr schön. So, Team. Ist immer noch kaputt. Wo sind sie denn alle? Okay. Können weiter. Oh, die anderen sind schon weiter. Oder? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hehehe. Hehehe. Box. Das ist schon anstrengend. Wo ist denn der Heil? Ist hier und da. Der steht genau so, dass man ihn nicht vernünftig erwischen kann. So. Okay. Gut. Ist das nächste Teil an der Decke? Irgendwie geht's schon, ne? Es dauert halt ewig, ja? Weil so viel Heilung auch noch gegen uns spielt. Dadurch sind die Kämpfe noch länger. Die Mission hat jetzt, glaube ich, noch länger gedauert als die davor. Und ich sag mal so, die Unimatrix ist natürlich schon das Zuhause der Borgs. Das muss ein bisschen schwerer sein, oder? Kann man ja nicht einfach so durchlaufen. Die ist total verrückt, dieser Angriff, aber egal. So, jetzt aber. Komm. Ja, keine Heilung mehr. Jetzt können wir die anderen erst nicht hinzufügen. So, da haben wir hier noch einen mit so einem Heilkanister. Hoffentlich. Oh. Ich muss den modellieren, sonst treffe ich nichts mehr. Ja, sieht gut aus. Okay. Okay. Alle tot? Ne, da ist noch alles. Da haben wir noch mehr sogar. Jetzt aber alle tot. Wei, wei, wei. Heute haben wir aber ganz schön viel getan. Was haben wir denn da? Einen ganz schwarzen Trüppel, du. Aber, wir sind ganz normale. Zack. Weg damit. Wir verkaufen nochmal ganz kurz ein bisschen was. Generell einfach nur, um weiter Geld zu verdienen. So. Ja, komm. Und weg. Ja, sieht doch gut aus. Haben wir wieder Platz. Okay. Die Kisten müsste ich eigentlich auch alle wegnehmen. wegschmeißen, kaufen wir sowieso. Keine Währung, keine Keys dafür, aber egal. Oh. Wir sind beim Chef. Chefin? Das sieht aus wie ein Kommandzentrum. Okay. Mal sehen, ob wir hier ihre Schilder nehmen können. Du wirst nichts abhauen, Kapitän. Das ist woher deine Resistenz... ...will be annihilated. Nein, es kann nicht sein. Nicht immer schön, dass du in den Augenblick wirst, ist es, Harry? Jetzt, das Wichtigste Weg hier wäre, dass du für Assimilation zurückkommst. Aber ich weiß dich, Harry, besser als jeder. Du wirst den Hero spielen. Für die letzte Zeit. Der Spiegeluniversums Harry ist hier... ...der Borg-König. Wie verrückt ist das denn? Oh, warum bewegen die sich? Den Borg-König. Ja. Ach, die Vinkula sind in den... ...da oben sind sie drin. Die sind in den Rohren drin, diese Heilteile. Okay. Das ist krass. Ich habe mit den Rohren nach oben gefahren. Krass. Oh Gott, überall die Selbstzerstörungstrogen. Nein, nein, nein. Oh, häng ich da an der blöden... ...an der blöden Gelände da. Zack, zack. Oh, jetzt gibt es ein Rohr vor uns. Okay. Das haben wir schon mal. Die Drohnen gehen jetzt so auf den Nerv, die sich in die Luft haben. Ich bin so froh, wenn wir diese Mission geschafft haben. Das können wir euch gar nicht sagen. Mittlerweile habe ich die Box dann doch noch ein bisschen mehr. Also bis jetzt waren die ja schon nervig, ja. Mit dieser Phasenmodulation, ja. Dann waren die natürlich auch nervig, dass da welche dabei sind, die so ein Heilding auf dem Rücken tragen. Aber dass da noch noch Heilung oben steht und dann auch noch Selbstzerstörungstoren dabei sind, das ist ein bisschen too much. Also das ist echt zu viel des Guten.